Das ist doch kein Bra, oder? Das ist ein Sport-Bra. Achso. Das Match ist jetzt mega... Bei 8 ist das sehr ausgeglichen. Da kann jeder gewinnen. Ja, aber ich irgendwie... Das ist immer mega schwer gegen Brian. Ja, aber gegen Jyn auch in dem Spiel. Da ist das Gute da drin. Ja. Guckt ja auch schon fast wie jetzt. Boah, ich habe nur einen Kontaktknopf gedrückt, das war wirklich der richtige. Weil ich habe nebenbei hier die Tabelle gedrückt, damit das nicht minimiert. Boah. Okay, nice. Jede Runde ist wichtig. Ja. Ich stehe vor, Jyn ist so wie Tabellenführer. Wenn er 3-0 gewinnt, dann ist er ja mit Tabellenführer auf jeden Fall. Ja. Boah. Das wollte ich gar nicht. Boah. Ne. Hä? Hä? Was passiert hier? Das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Also da bin ich jetzt eben gerade tatsächlich aus der Seen auf den Griff gekommen. Das wollte ich nicht. Bin abgerückt. Ah. Aber was vorher passiert ist, habe ich nicht verstanden. Ne. Boah, fuck. Ne. Ah, shit. Ich habe Glück gehabt, dass ich nicht verloren habe. Ah, fuck. Ja. Scheiße. Okay. Es ist genauso eng wie ich gedacht habe. Fuck. Nein, nein, nein. Oh Mann. Äh. Scheiß Thorn versorgt mir die Runde. Plötzlich kriege ich nur noch Damage. Fuck. Ja, der lebt noch. Ja. Boah. Weil du gerade aufgestanden bist. Alter. Alles wegen diesem Scheiß Thorn. Wäre der nicht gewesen. Ja. Das ist eine Kacke. Da war ich ja lucky, dass du aufgestanden bist. Sonst hätte er nicht getroffen. Ja. Ja. Die war richtig scheiße. Bis dahin, die ist perfekt. Ich wurde nur einmal getroffen vorhin. Ja. Dann habe ich irgendwie gethorned. Ah, jetzt ist er raus. Oh. Ist dann versehen. Ah, nice. Okay. Das lief doch besser als ich dachte sogar.